Hey YouTube! Ja, hier ist wieder euer Danny Marco von DannyMarcoTV und ich mache jetzt nochmal ein ganz kurzes Video, auch jetzt freihand, hier so, uah, ja, freihand, ohne Stativ, weil so ein ganz kurzes Video ist, weil ihr habt noch die Chance, sagen wir mal, morgen früh um 12, quasi, nee, morgen früh um 12, das ist gut, morgen Mittag um 12, morgen Mittag um 12, kommt quasi dann das Gewinnervideo, ihr habt jetzt noch die Zeit zu voten, ähm, im Video, Danny Marco probiert es Nummer 2, könnt ihr noch voten, bis, äh, ja, bis morgen Mittag um 12, ich lade sie jetzt beide hoch, äh, und schaltet dann nur das eine frei, quasi, das, das gewonnen hat, und das andere kommt dann die Woche später, ne, ja, ähm, wie gesagt, ähm, ihr könnt jetzt noch voten bis morgen um 12, oder, sag mal, um 11, könnt ihr noch voten, für euer Lieblingsvideo, für eure, äh, Lieblingszutaten, ähm, und dann, äh, schauen wir mal, wer gewonnen hat, ihr dürft gespannt sein, ihr seht auf jeden Fall beide Videos, das eine aber erst in der nächsten Woche, und, ja, und ich hab mir immer noch keine Zutaten für Danny Marco probiert, jetzt nochmal drei ausgedacht, ja, irgendwann wird es vielleicht auch mal ein Special geben, das heißt, äh, ich mach keine zwei Zutaten so, oder zwei verschiedene Sachen, sondern mach mal eine große Special Sache, sag ich mal, ähm, ich hab auch noch einige Sachen vor, die ich dann in so ein Special reinmach, also, also, aber im Normalfall geht's so weiter, also ich muss mir jetzt dann bald wieder neue Zutaten ausdenken, weil, ähm, in einer Woche kommt ja dann das andere Video, Sonntag, und darauf soll ja dann schon wieder quasi die Woche drauf, ähm, das nächste Danny Marco probiert's kommen, ne, das heißt, in zwei Wochen muss ich jetzt die Zutaten dann für das nächste wissen, oder ich muss halt dieses Special machen, ja, ganz blöde Sache, ne, ähm, aber so wollte ich's haben, so hab ich's mir eingebrockt, so muss ich's machen jetzt, ne, also, so versuch ich's zumindest mal auf jeden Fall einzuhalten, mit meinem Wochenrhythmus, ich werd's versuchen, ich geb mein Bestes, ähm, ja, ihr dürft noch fleißig voten, das Video, äh, ist unten verlinkt, und ich hau's nur irgendwo hier ins Bild rein, keine Ahnung wo, ähm, ich hau's irgendwo ins Bild rein, und dann könnt ihr da draufklicken, könnt ihr das dann nochmal anschauen, und könnt euch dann entscheiden, für was ihr votet, ob ihr votet, und so, keine Ahnung, wie gesagt, die zwei Kommentare von mir, die da drinstehen, da müsst ihr den Daumen hoch geben, für das, was ihr haben wollt, nicht irgendwie einen Kommentar drunter schreiben, braucht ihr nicht, äh, geht einfach auf meinen Kommentar, den ich geschrieben hab, einmal Marshmallow und Tabasco mit, und einmal, ähm, Senf und Banane, und klickt da auf den Daumen hoch, wenn ihr mit dem Mauszeiger drüber seid, manche schreiben auch noch Kommentare drunter, die zählen aber nicht, es zählt nur dieses Voting bei meinen Kommentaren, das heißt, äh, ja, alles andere zählt nicht, ähm, ja, also votet nochmal fleißig, und das war's von mir, ich wollte eigentlich das Video nur ganz kurz machen, das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber, naja, mein Abend wird schon langsam schwer, deswegen sag ich bis zum nächsten Video, bis morgen, zum Gewinnervideo, ähm, und, ja, das war's dann eigentlich von mir, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, und nochmal der Finger, äh, die zwei Finger, und bye-bye, bis dann, und tschüss! , bis dann, und tschüss!